Plan C, yeah! Ich brauche ein Plan C! Plan C ist so geil! Plan C? Ja! Ja, herzlich willkommen bei Plan C! Wir sind hier heute unterwegs im kleinen Spaziergang an den Kranichteichen im Südharz. Ich war hier schon öfters angeln, bin aber noch nie so richtig rumgelaufen hier. Und ich will mir heute mal so ein paar neue Angelstellen ausgucken und das ganze Gelände mal erkunden. Wir werden später auch noch zu einer Höhle kommen und so weiter. Es ist eine richtig geile Gegend hier im Südharz. Es sind zwei Teiche und also die zwei Teiche, die wir jetzt hier erkunden. Teiche gibt es hier ohne Ende. Jede Menge. Ich weiß gar nicht, wie viele hier im Landkreis, also im Kreis Walkenwied und so. Wahnsinn! Richtig schön. Ja, ein richtig schöner Teich. Der wird als Aufzuchtbecken genutzt für den anderen Teich, wo halt geangelt werden darf. Hier stehen jetzt auch Schilder angeln verboten. Die haben früher nicht gestanden. Ja, sehr schön, sehr klares Wasser. Ich gucke die ganze Zeit, ob man nicht mal irgendeinen Hecht oder sowas stehen sieht, aber im Moment sehe ich nichts. Hier sind wir jetzt an der ersten Stelle, die ich besuchen wollte. Hier ist auch ein Stempel von der Harzer Wandernadel, habe ich aber schon. Und das zeige ich euch mal. Das ist ein historischer Gipsbrennofen. Das ist hier direkt an der Seite. Da ist die Stempelstelle. Ja, und hier haben sie früher praktisch Gips gebrannt. Sehr cool. Hier kann man sich auch ein bisschen ausruhen von der Wanderung. Hier gibt es jede Menge Rundwege. Da vorne sind zum Beispiel Sachsensteine. Diese Gipsabbruchkante, die da ist, ist auch sehr cool. Da kann man obendrauf langwandern. Machen wir auch schon mal. Ja, ein cooles Ding. Ja, wir gehen mal weiter zum oberen Kranigteich. Das sieht ja geil aus. Ich war hier schon kürzlich drauf. Ja, und jetzt sind wir ein paar Meter rum. Da vorne ist der Steg, wo wir eben gestanden haben. Hier sind auch noch schöne Angestellen, aber die kenne ich alle schon. Und hier ist die Höhle. Also reinkriechen tue ich da nicht. Ist auch schwer zu erkennen, wie weit die noch nach hinten geht. Aber ein paar Meter sind es noch. Wenn das jetzt hier nicht direkt am Wanderweg wäre, wäre das natürlich eine geile Lagerstelle. Da unten, so unter den Steinen, kannst du dich so ein bisschen drunter machen. Perfekt. Obwohl ich bei diesem Gipskram immer so ein bisschen vorsichtig wäre. Priestersteinhöhle. Hier ist ein Grundriss der Höhle. Hätte ich nie gedacht, dass die so groß ist. Knochengrotte, Bogengang, Telefon, sogar ein Telefon. Oder was willst du denn mehr? Rohrpost, Folterkammer. Die Kotkammer ist auch da. Kotkammer, wo ist die? Oh, tatsächlich. Teichhalle. Ein Teich, stiller Winkel. Ey, die ist ja richtig groß. Ey, ist ja Wahnsinn. Jetzt hätte ich nie gedacht, dass das so groß ist. Der sieht aus wie du. Das bin ich. Der sieht aus wie deine Mutter. Ach, das ist nicht meine Mutter. Ist natürlich schade, dass es absolut lebensgefährlich ist. Da muss ich noch mal rein. Verdammt dick ist der. Geil. Ich hätte meinen Stick mitnehmen sollen. Ich glaube, der passt hier nicht dran. Oh Gott, was ist die Welt nur ohne Selfie-Stick. Wir sind jetzt hier ein paar Meter um den See rum. Und der Rundwanderweg, der geht so rum. Ich sehe schon auf der anderen Seite, da hinten ist auch noch eine Bank. Da sieht man den ganzen von der anderen Seite. Da muss man also auch irgendwie hinkommen. 4,5 Kilometer Rundwanderweg, Panoramaweg. Hier kannst du jetzt ein Foto machen über den See. Hier kann ich jetzt ein Foto machen, ja. Hier ist schön, ne? Ja, hier muss man sehen, wie weit Foto ist. Vor allen Dingen ruhig. Ich sage einfach, geh noch, geh noch. Und dann ist das Klatsch. Klatsch. Ja, dick ist es nicht. Komm du mal nach Hause. Komm du mal nach Hause. Das sieht doch geil aus, wie groß die sind, ne? Die kommen direkt auf uns zu. Sehr cool. So, jetzt verschwinden wir langsam wieder hier oben die Ecke. Schatz, wieso sind eigentlich manche davon grau mit so bräunlichen Gefieder und grauen Hälsen und manche komplett weiß? Ganz einfach, weil in der Tierwelt sind die Männer hübsch und die Frauen hässlich. In der Menschenwelt ist es umgekehrt. Da sind die Frauen hübsch und die Männer hässlich. Ganz einfach. Das sehe ich nicht so. Warte, 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 warte. Ich will selber das machen. Ne, wenn, dann müssen wir da. Da vorne ist auf jeden Fall eine Bank. Guck mal. Wir gehen jetzt von Bank zu Bank. Dann wird es nicht so schwer. Ah, hier bin ich jetzt hinter dem Schilfgürtel. Das ist gut. Da wollte ich doch schon mal immer hinter der Angel. Aber hier runter, oh nee. Hier geht es rein. Hier, da unten. Die Barsche. Hier ist sie langschwimmen. Sogar von hier oben siehst du sie. Aber hier war schon einer unten. Ich wollte gerade sagen, das sieht auch so aus, als wenn hier einer runter ist. Das kann natürlich auch vom Hund oder so sein. Also wenn du jetzt hier runter gehst. Dann machst du einen Absuch. Und hier geht wieder ein relativ steiler Weg runter. Also, was heißt relativ, der ist richtig steil. Sehr geile Stellen hier, aber auch schwer hinzukommen. Du entdeckst, dass hier noch ein kleiner See ist. Oder ein Teich. Guck mal, der ist gar nicht mal so klein. Das sieht doch geil aus, oder? Mhm. Eine Insel auf einem alten Baum mitten im See. Wo irgendwo schon wieder neue Bäume drauf wachsen. Die Sachsensteinhütte versteckt sich irgendwie. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Vielleicht sind wir auch einmal falsch abgebogen. Und halten uns so ein bisschen ans Wasser. Da in der Birke. Das Riesending da. Ach da, ja. Diese Verwachsung. Oh, so eine Maserbirke. Cool. Auch ein Riesenteil, ne? Oh, noch ein kleiner See. Aber das ist natürlich wirklich ein Tümpel. Sehr klein. So eine Art Erdloch hier. Hier ist so richtig fetten Schilfquettel. Da sind Wildschwane drin hier ohne Ende. Siehst du das hier vorne? Das ist alles platt gemacht. Hier, da stecken sie drin. Die holen sich doch schön die Muscheln und die Schnecken und alles aus dem Schilf raus. Hier habe ich jetzt direkt am Weg. Also der Weg geht hier drüber, was gefunden. Und zwar ist das so eine Art Ablauf oder Überlauf da oben. Also gehe ich mal davon aus, dass hier hinter noch ein Teich ist. Private Weyeranlage. Ne, das ist ein privater Fischteich. Was ist denn da? Oh, das ist gar kein kleiner. Schöner Fischweier. Fischweier. Ich möchte auch mal meinen eigenen Fischweier haben. Sehr schön. Mal wie die gucken, ne? Du bist bescheuert, ne? Du musst dich mö, du musst mäh. Mit ä, nicht mit ö. Das kann doch kein Mensch. Das sind doch keine Ausländer. Nee, 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 nee. Er hat schöne Hörner, ne? Ja. Das ist bestimmt der Chef, ja. Nee, nee, nee. Auf jeden Fall komische Hunde, ne? Noch nie gesehen, die Rasse. Hier haben wir jetzt sogar noch ein kleines Lust Place gefunden. Ach, das ist ein Hänger. Ein Ternehänger. Cool. Auch nicht schlecht. eigentlich da hinten sind sogar noch alte holzräder siehst du das eigentlich schade drum jetzt gehst du links um genau dann kommst du ist ja so ein rundweg kommst du da vorne wieder auf den weg drauf ich weiß muss ja das weiß ich nicht wo der herkommt hier meinster da war da vielleicht die hütte oder was ja aber die hütte haben wir doch gar nicht gefunden ja eben ja und hier kommt jetzt noch mal ein steg hier vorne da wollte ich nämlich schon mal angeln aber da war auch alles besetzt naja wenn jetzt drei angler auf ein steg es wird ein bisschen enger hier sind sie wieder die verfolgen uns oder die suchen sich die suchen sich wahrscheinlich auch die stellen die eisfrei sind was stünden später hallo meine frau hat irgendwie kein verständnis für kunst oder ehrlich ach guck mal der sieht aber stabil aus da haben sie extra schonen eisen drüber also der ist nur wirklich stabil also weißt du hast aber auch kein vertrauen in die technik der ist so stabil jetzt sind wir einmal um den ganzen see rum um mehrere sehen kleinen rundweg ja das wird auch schon wieder gewesen sein ihr geht raus geht in die weltwelle bessere menschen man sieht sich lachen nicht das soll ich immer habe ich das wird schon gesagt sehr geil sehr cool sehr geil hammer cool